ah online stellt euch mal vor was hier nur hi was also heute dabei ist ein männer also der dennis und eine nick ja ich heiße mit ok ich heiße kartoffeln spaß ich heiß m e g u e l ey ihr bot wo bist du denn ist du schwein m e g u e l wenn ich nicht kapierste denn es ist ziemlich schön ein jahr und 994 monate ja hey doch mach weg machen weg machen weg nicht bitte machen weg hey ja ich bin doch auch live mach den stream weg junge morse mutual we're here to help keine guckt einer zu ehre have a nice day Und ich bin selbst in die Luft gegangen. Ich hole dich kurz mit meinem AMG ab. Okay, Nick? Bleib mal stehen, ich hole dich kurz mit meinem AMG ab. Ja, okay, mach ich. Warte. Mach dein Geld mit meinem AMG ein, okay? Steig in meinen AMG. Ich bin da, guck hinter dir. Komm in meinen AMG. Ich hole jetzt meine AMG. Warte, ich hole meine AMG. Der ist bei den Bullen. Also ich behalte meinen Anzug, weil ich kein Geld mehr habe. Äh, äh, ich hab nur noch, äh, 4000. Haha. Idiot. Das ist richtig krass. Warte. Mach auf. Ey, ich hab doch 200 Dollar bezahlt. Wenn der ein Taktik einmacht, lausch mir den einfach. Aufmachen. Der macht nicht auf. Hallo. Aufmachen. Dann kletter rüber los. Ich weiß wo ich lachen kann. Ich kann nichts machen, mein AMG. Ich kann nichts machen, mein AMG. Oh, lass doch bitte mein AMG. So, jetzt? Mein AMG. Oh, ich hasse mein Leben gerade, ne? Ich hasse gerade GTA. Komm her, Nick. Dann helfe ich dir halt. Guck mal meine Knache an. Die machen die auch nicht auf. Ich weiß nicht, ihr kommt beide hier nicht raus. Ja, weil ich so umgeschossen hab. Aufmachen jetzt. Ich lass mich kurz killen. Ich lass mich kurz killen. Und dann bezahl ich halt nochmal. Und dann... Ich bin tot. Danke, dass mich gekillt hat. Dann hab ich keinen Kopf mehr. Jetzt tue ich mein Auto raus. Alles klar. Ich bin so dumm. Ich lauf einfach vor dem Zug, ne? So kennt man mich. Konntest du mit Auto raus? Aha. Jetzt macht's auf einmal auf, ne? Komm rein, Nick. Komm rein. Ich will dir helfen. Ich will dir helfen. Hä? Hä? Wie hast du den bekommen? Halt, ich muss einfach in Kleidungsladen? Ja. Nicht gleich, dann musst du bezahlen, weil du diese Mistruhe nicht mit uns gemacht hast. Okay, dann halt nicht, dann tschüss, dann fahre ich halt so runter. Hey, nee, tut mir leid, ich bin gleich bei Dennis. Deine Splatter, wo du bist, ja. Ich verpiss mich hier, ja, nicht wie immer noch. Zeit 10 Minuten. Ja, okay, ich bin hier. Mein Auto ist so schnell. Mein Auto ist so schnell. Okay. Das ist so schnell. Das ist so schnell. Aber Nick leider nicht, weil er die Mission nicht gemacht hat. Das ist so schnell. Das ist so schnell. Das ist so schnell. Wir haben viele Halle gemacht und jetzt haben wir halt neue Bisschen des Dinges halt, wir können die nicht nochmal machen. Sonst hätten wir die noch mal gemacht. Aber noch dazu, aber das ist dann halt zu schwer, weil da kommen zwei Helis und man muss dann Barber suchen. Okay. Ich fahr schon mal weit davor. Äh, scheiße, ich bin gerade über eine Frau gefahren. Aber ich habe keinen Kopf. Geil. So, jetzt probiere ich es aus. Oh Gott, geil! Guck mal, Dennis, wie das aussieht! Ey, man bekommt halt wirklich keinen Schaden, ne? Ich nehme jetzt ein Messer in die Hand. Lass erstmal ein bisschen mit Chatsky rausfahren und dann suchen. Oh Gott. Ich habe einen Tag auf den Weg gebracht. Du fährst damit und ich fahre mit Tritski. Okay, dann soll ich... Oh, wo ist das? Ey, guck mal, Nick. Guck mal, wie das aussieht, Nick. Guck mal. Alter, das Boot ist nur für 2. Hallo. Ich hab einfach keine Bullen. Geil. Scheiße, hä? Hab ich ihn getötet? Scheiß drauf, komm, lass kurz heilsuchen. Scheiß auf Nick. Nick kann selber nachher kommen, oder? Hallo, Nick? Ist der Nick noch da? Digga, ich verstehe kein einziges Wort. Dennis, stopp, das reicht, glaube ich. Einer bleibt drinnen, einer bleibt drinnen, oder? Ey, scheiße, bei mir ist ein roter Punkt, Dennis. Ich will auf alles, weil wir ist ein roter Punkt. Ich will einfach weiter warten, und zur Sicherheit nehme ich mal besser in die Hand. Dennis, hol Nick ab, hol Nick ab. Los. Ja, scheiß drauf, hol Nick ab. Alter, wie weit unten bin ich? Aber warte mal, warte mal, vielleicht kann der Nick sich das auch kostenlos holen. Alter, ich bin schon ganz... Ey, Nick, du glaubst nicht, wie dunkel es hier ist, ne? Ich hab Angst, ich hab Angst. Ich komm, ich komm. Ey, hol mich ab. Ey, Dennis, geh niemals ins Schwarze. Soll ich dir sagen, wieso? Ab da bekommt man, ähm, Schaden. Mit Ize. Nick. Nick ha' mein Fahrzeug zerstört. Digga, ich bin soweit unten, Alter. Nein, Boot! Boot! Ich seh nicht da oben. Nein, nein. Ja, das Boot fällt weg. Ich muss hinterher. Hallo, stehen bleiben. Hm, eh. Ich hol kurz Nick ab, okay? Ich hol kurz Nick ab. Okay, ich komm zurück. So, so. Einsteigen. Einsteigen. Lass uns Kasinemissionen machen. Ey, guck mal, wie das so aussieht auf dem Boot, ne? Ey, warte doch auf Nick. Dein Ernst? Dein Ernst? Oh. Okay. Nick, Nick, Nick. Nick. Komm mal in mein Boot. Baut das sehen. Äh, könnt ihr nicht selber? Dennis, mal wie geht es endlich Kasinemission? Hält! Digga! Wollt ihr ein Boot zerstören und dann noch der wie in den Schoß? Was kann ich dafür? Das ist nicht so viel. Steck ein! Hallo! Hä, ich bin jetzt mal wie? Dann komm! Hältst! 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 Nick, du Wichser! Ey, ich gebe kurz Spielchat. Nick? Nick? Dein Nick kapiert halt kein bisschen Spaß, oder? Ja! Warte! Ich will Missionen machen! Alter, lass Nick töten! Wollen wir Nick töten? Wollen wir Nick töten? Scheiße, Nick hört unseren Stream! Also... Digger! Dennis! Kill ihn! Kill ihn! Der helft mir! Er will uns beide töten anscheinend! Die Frage ist halt erstmal, was haben wir beide ihm gemacht, oder? Wieso töten denn dich? Wieso töten denn dich? Okay, das kann ich halt verstehen! Aber Nick, dann bestelle ich halt kurz mein Wagen! Warte! Was? Dennis komm rein! Ich habe jede Waffe, glaube ich! Nicht Nick abballern! Nick komm rein! Komm rein! Komm rein! Ich hab diesen normalen Sniper! Ich hab einen Sniper! Guck mal meinen geilen Wagen an! Guck mal was ich hier mit dem Polizeiauto mache! Ich quetsche das hier unten so hardcore durch! Guck mal! Ich werbe das Auto einfach so hardcore ins Wasser! Ich hab das Boeing Auto, wo ein Mensch war einfach ins Wasser! Also wenn ich sterbe und Dennis... Steig ein, dann schießen wir die... Nee! Dennis! Lass es! Steig ein, nee! Steig ein! Willst du rausgekickt werden? Dennis aus meinem Fahrzeug? Willst du rausgekickt werden? Nix! Steig ein! Steig ein! Steig ein! Steig ein! Lass den Dennis! Lass den Dennis! Ich fahr noch so drüber! Boller den Heli ab! Boller den Heli ab! Boller den Heli ab! Boller den Heli ab! Dennis, steig ein! Lass es nicht. Dennis, stell keinen. Hallo. Jetzt lass den Dennis auch, wenn er nicht einsteigt, lass ihn. Okay, bollert Dennis ab, bollert Dennis ab, weg hier. Ähm, warte, ich muss was machen. Hat was gestohlen. Dennis will uns auch töten, das weißt du schon, glaube ich. Dennis, helf uns mal mit dem Korps. Mein Auto ist schon, mein Auto raucht, Alter. Ja, danke, weil ich jetzt meine Kommandozentrale bestellt hab. Ich hab nicht gesagt, er soll nicht. Du, ey, Nick, du hast ihn sechsmal. Lass doch. Lass es, Nick, und ich geh mal durch die Kommandozentrale. Weg. Ey, Nick, probier meins Geschütz anzusteigen. Probier. Warte. Scheiße. Dann komm mal mit. Warte. Warte. Nick, komm rein. Komm rein, Nick. Warte. Sieh auch, ich hab dich eingeladen. Bist du selber ein Sieh auch? Ja, bin ich. Dann geh raus. Bist du raus? Ja. Musik. Was kann man da machen? Guck dir jetzt Dennis auch zur Foto. Ach stimmt, der geht gar nicht, weil du reibst ja um, bist du Arsch. Also ich zieh mich kurz um, ne? In deinem Arschloch. Komm rein Nick. Gut, jetzt geh ich raus, bist du auch raus geworden? Ja. Ah. Wo ist es? Nicht schießen Nick, ok? Leider nicht, weil ich aus dem Sinn wieder weggemacht hab. Die Untertitelung des ZDF, 2020 weg ja wenn du es nicht mitbekommen hast ich bin weggefahren hey ja weil ich wurde direkt auf der straße gespawnt und jetzt dann bin ich weggefahren nicht schießen nicht zum letzten mal aus da wenn die kopf und ziehen ja schießt sie ja schießt ihr ab hinter uns hinter uns töten kannst du eh nicht weil du bei uns im cao bist dann ist hier los helf uns bitte Komm rein, komm rein, Nick, komm, 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 komm. Hast du noch Fortnite, Nick? Du musst es mal wieder installieren. Gut, komm mit. Wieso? Wieso? Hab Ehre. Also, Dennis, bist du noch bei uns im COO drin? Ja, aber wir starten jetzt, Geldmission. Hey, aber ich kann grad irgendwie nicht starten. Hä, wieso? Warte mal. Hallo, ich kann nicht starten. Ich weiß noch mal. Wodan? 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 Wodan kann ich meine Munition aufladen. Kostenlos. Glaub ich. Jetzt mach, Dennis. Hast du noch Kops? Hast du noch? Oder? Oder? Ich kann nicht starten. Ich kann nicht starten. Ich kann nicht starten. Wie geht man aufs COO raus? Ja, ernsthaft. Hä, was ist? Hä, ich wurde rausgekickt. Ey, Nick, tu dir mal bitte GTA wieder ins Station. Ja, Mission, komm. Nick, komm rein. Ab zum Casino, ab zum Casino. Hallo, du musst nicht aufs Geschütze, da gibt keine Ballerei. Ja, gut. Ey, Nick, wenn du hinten einsteckst, ist schon klar, dann wird ja automatisch oben reingespawnt. Aber auch egal, da musst du nicht extra auf. Okay, mach. Noch weiter Weg. Noch weiter Weg. Du musst noch weiter Weg. Weg. Hey, warte. Was ist denn nun dank dir, Alter? Hey, der Ding hat jetzt vor allem nicht nur das Gebiet verlassen, ja nicht? Nick, bleib direkt im Auto, bleib im Auto. Während streamen wir schon, was denkt ihr? Hä, hast du noch nicht? Ja, okay, ich warte. Ja, okay. Was? Alter, ich will hier eine Mission starten. � spaceshipin? Lass es doch nicht! Was? Scheiß Gebiet! Verlass doch einfach das scheiß Gebiet! Doch! Verlass jetzt das Gebiet! Junge, Dara Stift bist dein Team! Dein Team! Also du! Alleine! Und ich und Nick! Doch? Da verpisse ich das Party, du Wichser! Boah, ein Joke! Und dafür eine scheiß Karte! Verlass jetzt das Gebiet! Ja, du musst noch denne Svarten! Ja, du musst noch denne Svarten! Komm! Jo! Komm jetzt! Komm! Mach keine Scheiße da oben! Junge! Junge! Verlass! Komm! Steig ein! Steig! Der soll erst einsteigen! Der soll erst einsteigen! Junge! Der soll erst einsteigen! Mit Dennis macht's echt keinen Spaß! Mit Dennis macht's keinen Spaß! Mit Dennis macht's keinen Spaß! Nein. Hol mich ab. Hol mich ab. Soll ich mein Auto nehmen, du Hohensohn. Hey, Daniel. Hey, Nick. Lass neue Lobby machen, oder? Bitte verpiss dich, Dennis. Verpiss dich. Verpiss dich. Keiner hat mehr Bock auf dich. Los, aber... Irgend los, Alter. Ja. 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 Ja.